Das westliche Tonsystem besteht zunächst aus sieben sogenannten Stammtönen mit den Namen C, D, E, F, G, A und H. Auf dem Klavier und anderen Tasteninstrumenten sind es die weißen Tasten. Danach beginnt wieder alles von vorne. Die Tonnamen der schwarzen Tasten werden von den Stammtönen abgeleitet. Je nachdem aus welcher Richtung ich mich der Taste bzw. den Ton nähere, hat sie einen anderen Namen. Das klingt zunächst verwirrend, ist aber leider so und hat historische Hintergründe, die zu erklären hier leider den Rahmen sprengen würden. Wenn ich von dem Stammton D eine Taste nach oben gehe, wird er erhöht und es wird einem Stammton D die Endsilbe IS angehängt. Der Ton heißt dann DIS. Diese Erhöhung wird durch ein Kreuzsymbol gekennzeichnet. Das F wird so zum FIS, das G zum GIS, das A zum AIS, das C zum CIS. Genauso kann auch das E zum ES erhöht werden, was auf dem Klavier dem Ton F entspricht. Der Ton H wird so zum HIS, was einem C entspricht. Gehe ich vom D eine Taste nach unten, wird an dem Stammton D die Endsilbe S angehängt. Er wird zum DES. Das wird durch das Anhängen eines B-Symbols kennenzulich gemacht. Das E wird zum S, das G zum GES, das A zum AS. Das H ist die Ausnahme von der Regel und wird zum B. Auch hier kann ich den Ton C zum CES erniedrigen, was einem H entspricht, und den Ton F zum FES, was einem E entspricht. Der Ton H ist nicht nur beim Erniedrigen speziell, sondern auch in einer anderen Hinsicht. Im nicht deutschsprachigen Raum heißt er nämlich B. Auch das hat historische Hintergründe und führt immer zur Verwirrung. Ist aber wichtig, wenn man Noten aus dem Chairs und Pop Bereich hat, die oft aus dem englischsprachigen Raum sind. Mittlerweile werden auch im deutschsprachigen Raum im Jazz und Pop Bereich oft die Namen aus dem englischsprachigen Raum verwendet. Hier sind die Namen der Stammtöne C, D, E, F, G, A und B. Oder von A aus gesehen die ersten Buchstaben des Alphabets. A, B, C, D, E, F, G. Das Erhöhen wird hier ebenfalls durch ein Kreuzzeichen kenntlich gemacht. Hier wird allerdings ein Sharp, dem englischen Wort für Sharp angehängt. Aus dem Ton D wird dann beispielsweise der Ton D Sharp. Beim Erniedrigen wird ein Flat für Flach angehängt. Aus dem D wird dann ein D Flat. Gerade der Ton H führt hier leider immer wieder zur Verwirrung. Wird er im Dolchen erniedrigt, weißt ihr jetzt, dass er zum B wird. Auf dem Klavier ist das eine schwarze Taste. Im englischen ist der Ton B aber ein Stammton und damit eine weiße Taste. Daher ist es immer wichtig zu wissen, wie die Stammtöne in dem Kontext, in dem ich unterwegs bin, benannt werden. Ich kann Töne auch doppelt erhöhen oder erniedrigen, was in manchen Fällen auch wirklich vorkommt. Hier wird beim Erhöhen im Deutschen einfach zur Endsilbe S noch ein S angehängt. Aus dem Ton D wird dann ein Dissis, was auf dem Klavier der Taste E entspricht. Kenntlich gemacht wird es durch ein sogenanntes Doppelkreuz. Beim Erniedrigen wird entsprechend zur Silbe S noch ein S angehängt. Aus dem D wird dann ein Dessis, was auf dem Klavier dem Ton C entspricht. Kenntlich gemacht wird diese doppelte Erniedrigung durch ein Doppel B. Ich habe es dann gesehen. Ansonid... Ich habe es dann gesehen. Es ist dann gesehen. Es ist dann gesehen. Ich habe es dann gesehen. Dann in die Hälfte auf dem Kopf. Ich habe es dann gesehen. Vielen Dank.